Ja moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Move or Die, natürlich zusammen mit Steffen. Moinsinn! Oh. Nein! Da ich auch Glück gehabt, dass du mich noch irgendwie getroffen hast. Oh nein, das ist das hier. Oh Mann. Damit habe ich ja gar nicht... Oh kacke, ich habe mich eingebaut. Okay, gut. Den Modus hast du ja auch richtig. Der Modus ist auch richtig kacke. Ja, toll. Jetzt wird es auch richtig lustig. Ich habe es mal geschafft. Ich bin vor dir. Das kann nicht sein! Ich bin rechts auf den Bumper gestaubt und du bist links. Fuck, ey. Dann kommt auch noch Lack dazu. Das ist... Wieso kann ich mich da nicht durchteleportieren? Was war das denn gerade? Weil der... Nein, der braucht kurz einen Upload. Du regst dir aber auch über Sachen auf, die sonst total bekannt sind in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall total bekannt ist. Der Teleporter hat einen Cooldown, hat das Schwachsinn. Ja, natürlich hat der... Der hat immer einen Cooldown, schon ewig. Jeder Teleporter hat einen Cooldown. Das ist gut. Damit du dich nicht immer hin und her teleportieren kannst. Kannst du dich eigentlich immer hin und her teleportieren? Nein, kannst du nicht in dem Spiel. Schon ewig nicht. Ja, natürlich rutsche ich da wieder ab. Gib den scheiß Hut jetzt her. Das hast du eh schon gehofft, oder? Nach dieser wütenden, unfassenden Aussage bin ich jetzt gekränkt. Und den Hut kriegst du garantiert nicht. Lass immer noch meinen Hut. Ey, ich hatte ihn noch kurz. Ich hatte ihn noch kurz. Den Hut hatte ich. Nach dieser unfassenden Aussage. Machen wir nicht. Ja, Feuer! 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 Wer hat das? Ja, du! Ich hab nichts. Och, nee, ich hab... Wie schieß ich denn? Ach so, so. Das weiß man doch schon in Ewigkeiten. Das ist doch schon immer bekannt. Wie man schiebt. Wann kommt man an eine zweite Kugel? Gar nicht. Tschüss. Tja, so ist das, ne? Ich würd nochmal gerne auswählen. Ach, schade. Nehmt sowas langweiliges. Was haben wir denn hier? Jetzt fallen eine Blöcke. Na ja. Hä, hä? Hä, komm her! Tja, tanzende Geist. Tschüss. Fuck. Wolltest du dich da mit dem Fall schon anlegen? Ne, ich wollte einfach mal herkommen. Naja. Aber du bist dann ja direkt abgehauen und hast wohl Schiss gehabt. Ne, ich bin abgehauen, wenn deine Dinger kommen. Du bist einfach stehen geblieben. Ja. No risk, no fun, ne? Nein. Oh, ich bin auch gerade was untergefallen. Oh, jetzt ist der Geister schreck. Das kann ich ja gar nicht gewinnen, wenn du schon Geist bist. Na, das ist jetzt nicht dein Erster mehr. Ach ja, gut, ich bin natürlich immer ein Geist. Oh, da kommt der Geist. Oh Mann, ich wollte gerade mich auch durchzuleportieren und nach oben. Scheiße, ey. Ich war eben im Sprung, deswegen konnte ich nicht mehr X tun. Ja, der Teleport hat dann aber erstmal einen Cooldown. Ja, aber nicht, wenn du von beiden Seiten gleichzeitig reinspringst. Außerdem weiß man das. Ja, natürlich. Bin mir hundertprozentig sicher, dass du mir das sogar schon mal erzählt hast. Ja, dann wäre es mir ja selber bekannt gewesen. Ja, manchmal vergisst man ja auch Sachen. Ja, ne, sowas Wichtiges ist auch scheiße. Vergisst man natürlich nicht. Ja, dann wäre das doch bei Gottkanonen zum Beispiel richtig unnötig. Er könnte sich doch die ganze Zeit von A nach B teleportieren. Zack. Ich putze noch ein bisschen hier bei dir mit. Mach das doch. Du gewinnst das eh. Dafür hast du schon viel zu viel geputzt. Tja. Er putzt überall. Dafür war gar nicht mehr genug Platz da. Speed, ready, go. Oh. Alter, das war auch bei mir durchaus knapp. Nein, ich bin hängen geblieben. Jetzt darf ich so rehe noch ins Ziel. Ah. Ey, müsstest du ja extra gut sehen, wenn man es ins Ziel schafft. Ja, sollte es eigentlich Minuspunkte geben, wenn man da so dumm rumläuft. Das war die Freude über den Sieg. Ah. Was haben wir jetzt? Oh. Hä? Ja, wenn man sich teleportiert, bewegt man sich währenddessen trotzdem. Du wirst genau dann teleportiert, als das Ding in der Mitte explodiert ist. Alter, ich bin gerade richtig brainhaft. Ich kann gleich nicht mehr. Alter, es ist einfach viel zu spät. Bin einfach schon viel zu lange wach. Beide verkacken. Nein. Was? Wie konnte das nicht treffen? Ja. Nein. Wie konnte das nicht treffen? Ich habe viel früher gedrückt, als du. Ach Gott. Zack. Nein. Da ist er weggeflogen. Ja. Wäre auch nicht auf den Mann gegangen. Heute ist es aber hier nicht mehr. Letztes Mal war er knapp, aber heute? Heute ist nicht mein Tag. Aber ich bin auch schon seit 5 Uhr wach. Also von daher. Ja gut. Viel staffel heute auch nicht. Ja. Aber du musstest heute nicht zur Arbeit. Das ist ein ganz anderes Leben, was du führst. Viel entspannter. Ach, fuck, ey. Scheiße. Kann man eigentlich jetzt mal noch eine Runde theoretisch dranhängen, ey. Ja, wenn die genauso schnell kommen, kann man das machen. Ne. Fuck, ey. Oh, guck mal. Ich habe noch eine Crate-Befro bekommen. Obwohl, jetzt bin ich ein ärgerliches Honigkuchen-Pferd. So. So. So, super. Kurz-Trupp. Schwindel. Bodenlos. Zeichnerboden. Feine Blöcke. Gut, ja. So, zack. So, was haben wir denn hier schönes? Och. Hm, noch Vögel. Das ist so unnötig. Fuck, ich habe kurz meinen Charakter aus den Augen verloren. Bei mir wäre ich aber auch fast verreckt. Also, wenn die runtergekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich verloren. Wie kannst du denn schon wieder so viel geputzt haben? Das ist gar nicht möglich. Alles, was ich in die Donage fest ist, ist wie weggeputzt. Mann, ey. Och. So ist das, ne? Oh. Was ist da denn passiert? Ich dachte, wir hätten noch den Mutator von der Runde davor an, wo du einfach A drücken musstest. Dann läufst du am Dings. Ich habe mich schon... Oh. Was ist denn jetzt los? Ich bin voll unkonzentriert gerade. Ja. Alter. War jetzt nicht so tragisch, dass ich da verkackt habe. Ich habe nicht mal den ersten Sprung geschafft. Alter. Bei mir nimmt auch gerade die Kurve dramatisch ab. Weißt du, bei jemandem, der gerade auf der Intensiv liegen würde, würde man sagen, mach die Gerede aus. Mach die Gerede aus. Hat keinen Sinn mehr. Hoffnung, sowas wagt. Was war das denn? Bei mir war nur einzelne Blöcke, bei der wäre noch eine komplette Plattform. Bei dir ist das gerade so jetzt wie bei der Ehefrau oder was? Oh Gott. Die dann auch wieder... Ich behalte das jetzt erstmal hier, wenn es den einen einzigen Schuss gibt. Oh mein Gott. Ganz entspannt hier. Wenn ich den loslasse, erschießt du mich mit meiner Munition gleich. Ach guck mal, ich habe noch einen Schuss. Wo bist denn du jetzt abgeblieben? Da. Alter, ohne Spaß. Da du noch so gelb leuchtest, siehst du übel aus wie dieser gelbe Dings. Verloren. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Und ich habe mich überhaupt nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ich bin, damit ich mir dieses Ding noch irgendwie mit dem Ding treffen kann. Mal unter Wasser oder sowas? Nein, unter Wasser nehme ich nicht. Da sterbe ich immer. Unter Wasser. Unter Wasser. Oh Gott, ich muss auch ein bisschen teleportieren. Hey, selbst wenn ich ihn einmal nur einmal A drücke, teleportiert er trotzdem. Ja, bei mir auch. Das ist richtig räulig. Fuck. Ich war jetzt nämlich dreimal oben und jedes Mal, wenn ich auf die Plattform gerade springen wollte, hat er sich einfach teleportiert und ich bin ja nur Mitte runter geflogen. Ja, und als ich halt aufhören wollte, mich zu teleportieren, war ich fast tot, war er auch einfach mal weiter teleportiert. Ich glaube, der ist ein bisschen verbuggt, der Teleporter. wieder בא. Genau. Okay. Oh oh. 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 Nein! Oh oh! wie kann man das denn schaffen? Nan Russia. Was ist denn los mit dir? Alter, heute Also jetzt gerade, ey Also wir nehmen das ja quasi direkt im Anschluss An die Folge davor auf Aber gerade läuft gar nicht mehr Alter, du hast mich einfach runtergeschoben Wie kann das denn sein, dass du mich einfach runterschieben kannst? Nee, du hast dich teleportiert Ja, jetzt gerade, aber du hast mich vorhin runtergeschoben Deswegen war ich ja überhaupt erst da unten Ja, ich bin hier nur hochgesprungen Oh Oh, nein Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jetzt komm her Hä, bei mir, was zum Teuer war das denn? Da musst du dir meine Aufnahme ankommen Bei mir ist die Kugel einfach unsichtbar geworden Erst durch dich durchgeflogen, dann unsichtbar Und dann nach irgendwo wieder geraten Wie konntest du wegteleportieren, mein Freund? Jetzt nimm die Kugel Das kann nicht sein Wie konnte ich das denn Du bist gesprungen, um die Kugel zu holen Und ich bin unten einfach gelaufen Ich dachte auch, dass ich hundertprozentig sterbe Das macht gar keinen Sinn Deswegen bin ich ja auch die ganze Zeit wie so ein Blöder mit der Kugel hinter dir her Ja, und als ich das dann am Ende gesehen habe Hab ich dann gedacht Ja, jetzt muss ich ja nochmal machen, ne Aber das hat für mich keinen Sinn ergeben in dem Moment Ne, also ich dachte auch, dass du das eigentlich Also über Life to Generation auf jeden Fall gewinnst Aber Da war ich von vielen informiert Das macht doch gar keine Chance Ich glaube langsam, dass das teilweise, dass du schon Vorteil hast Also, dass du irgendeinen Buff bekommst Naja, ich hab da so einen Cheat, hab ich ja an Ja, da ist es immer gut, ne Ja, wow Was? Ne Ich dachte, wir hätten noch einen Doppelsprung drin Hab ich auch voll durcheinander bringen lassen Jetzt fängt das bei dir auch also an Ja, zu spät Oh nein Ich hab erst nicht gelesen, welcher Spielmodus das ist Ey, warum wird man denn teilweise wieder sichtbar? Oder anhält Oh nein Oh fuck, 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 fuck Ja Nein, ich bin obendran gesprungen Fuck Oh man ey Aber da ist auch keine gute, gute Runde ey Ne, das ist eine große Punkte-Differenz Oh kacke Ich hab den Sprungen geschafft Alter, was machst du mit mir? Oh Wenn du einmal unter mich gesprungen bist Hab ich den einen Sprung nicht richtig geschafft und gestorben Das ist richtig schwierig mit dem Ding Ist mit dem Oh Gott, die gute Hakt Ja, das ist Wo bist du? Ich weiß nicht, wo ich bin Da bin ich Wo bin ich? Scheinbar da unten mit dem Hut unterwegs Ja, scheinbar Alter, ohne Spaß an dich Komm ich da oben nicht ran Das ist richtig kacke auf der Map, ey Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Ich bin der Quatsch, da brauche ich gar nicht Wollen wir überhaupt gar nicht los Ne, kacke Ne Verarsche, brauche ich mir überhaupt gar nicht geben Da kommen plötzlich irgendwelche Blöcke noch raus Ja, das sollte da ja nicht bekannt sein Weil das ist auf der Map schon immer so gewesen Ja, aber ich war da oben noch nie in der Ecke Weil ich mich nicht wie so ein Feigling da oben verstecke Wie jemand, der nicht Jemand anderen den Hut geben will, meinst du wohl? Ja, wie jemand, der Sich nicht traut, obwohl er doppelt so viele Punkte hat Ja, das ist halt mein Hut Das Spiel ist auch richtig kacke, ey Ohne Spaß So, vielen Dank fürs Zuschauen Bis dahin Schön mit Öl Tschüss Hat da jemand schlechte Laune? Ja, dann sag ich auch mal, ne? Bis dahin Auf Wiedersehen Tschüss którzy sprechen Tschüss 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 active